Musik Wir als ProSoc haben uns spezialisiert auf die Fußballstipendien. Wenn man den ProM hier nicht schafft, im ProM Bereich eine sehr gute Option zu haben, wo man Schule und Studien kombinieren kann. Und natürlich durch die persönliche Erfahrung, die unsere Mitarbeiter selbst erlebt haben, am US-College zu spielen, zu studieren oder auch in den USA zu arbeiten, glaube ich, können wir den Spielerinnen und Spielern auch das als Mehrwert wiedergeben. Und durch diese Exklusität im US-Verband haben wir eine sehr, sehr nahe Beziehung auch zu College-Trainern und Universitäten. Und unser Ziel ist es immer, das perfekte Match zu finden für die Spielerinnen und Spieler, dass das Studio und Fußball zusammenpasst. Musik 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 Ich bin Eric Teeb. Ich bin von Taylor-Dickinson University in Teaneck, New Jersey. Wir haben mit ProSoc gearbeitet für fast 10 Jahre jetzt. Wir haben viele Spieler kommen zu unserer Universität durch die Programme. Wir haben mit ProSoc gearbeitet für die Programme.